Es war einmal unter dem Sofa von der Krempel, eine Menge Krempel und ein Kakerlakenkrempel in Diems. Zwei Kakerlaken begegnen, sie reden übers Wetter. Es ist so, wie sie nicht schocken, und die Wohnung sei es trocken. Sehen sie auf dem Tisch so etwas wie in einem braunen Brocken. Wie geil meint die eine zu der anderen, da müssen wir hinwandern. Fressen dieses Zeug und entspannen dann. So machen sie sich auf die Socken, zu diesem braunen Brocken. Wobei an den Schablocken, wo sie stoppen, sehen, wie eine Kakerlake auf einem Kripp tritt und kleben bleibt. Eine halbe Stunde, erst mal heftig um ihr Leben schreit. Als sie sich dann befreit, dann merkt sie auch die Kleinigkeit, dass sie für unverhörigbare Zeit daneben bleibt. Und um nicht abzukacken, fängt sie an zu swingen, um dieses Kakerlaken zu singen. Da meint die eine Kakerlake so, da kann noch nicht frisch sein. Lass mal weiter gehen, denn da vorne ist das Tischbein. Lass die beiden dann vor diesem Tischbein stehen. Ihre Köpfe stehen, um oben zu 10. Wenn wir only listen to, Englisch und so weiter und so fort, dann liken wir nur elektronische Musik. Kommt an! Kommt an! Kommt an! Kommt an!